Sonntagabend Ein Verbrechen ist zu finster, am Sonntagabend kann ich's kaum erwarten, denn der Tatort kommt aus Münster. Sonntagabend gehe ich nicht aus dem Haus, auch nicht für Geld, denn diesen Sonntagabend gibt's nichts Besseres auf der ganzen Welt. Wenn Birne und Nachahmrich Thiel fast in den Wahnsinn treibt und Vater Herbert ist bald wieder den verbotenen Dingen des Lebens zugeneigt. Kein Wort ist mir zu gruselig, kein Verbrechen ist zu finster, am Sonntagabend kann ich's kaum erwarten, denn der Tatort kommt aus Münster. Mensch Birne, ich hab dich richtig gerne und Alberich ist für mich die Größte überhaupt, mein Herz schlägt für St. Pauli. Und Thiel ist mein Held, lässt sich von nix und niemand unterkriegen, das ist was mir gefällt. Am Sonntagabend gehe ich nicht aus, auf keinen Fall. Sonntagabend ist mir alles andere sowas von egal. Nach der Tagesschau mach ich's mir auf der Couch bequem, freu mich auf meinen Lieblingspathologen und die anderen vom Team. Kein Verbrechen ist zu heftig, kein Nervenkitzel ist zu viel, am Sonntagabend schau ich in die Glotze, denn dann kommt Birne und Thiel. Kein Verbrechen ist zu heftig, kein Nervenkitzel ist zu heftig, kein Nervenkitzel ist zu heftig, kein Nervenkitzel ist zu heftig. Kein Verbrechen ist zu heftig, kein Nervenkitzel ist zu heftig.